Hallo zusammen, Eizocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Weltquest, ein gefiederter Trend in Tiragadesund. In diesem Gebiet startet von diesem Flugpunkt Kenningers Jagdhütte. Wenn man da landet, ist man schon im Weltquestgebiet. Man darf hier makellose Himmelsjägerfeder sammeln. Von diesen Falken hier. Die darf man angreifen und diese Feder von ihnen looten, falls sie eine droppen. Der hat jetzt keine dabei. Zusätzlich darf man noch die Rostfellmaterialien töten. Die ist gleich hier. Hier war auch die Map. Befindet sich vor mir, also hier ungefähr. Ich weife sie gleich mal an. Weiche nicht aus. Macht auch nicht viel Schaden, finde ich. Mein aktuelles Itemlevel ist 341 und wie man sieht, habe ich bei dir keine Probleme. So, nun brauche ich aber noch 8 Federn. Darf also Ausschau nach solchen Falken halten. Kann ich glauben, dass die so selten sind. Ein riesengroßes Weltquestgebiet und keine... Da sind welche. Oh, da sind einige. Ich hole gleich mal ein paar zusammen. Noch einer. Komm ich hin. Angeschossen ist er. Noch einer. Komm ich hin. Angeschossen ist er. Eine Feder von 4 Falken. 4 Falken. Das kann dauern, Leute. Okay, da war noch eine dabei. 2 von 8 habe ich jetzt. Mal schauen, ob es da noch welche gibt. Weltquestgebiet ist sehr groß. Und wie man sieht, da hinten fliegen auch noch Falken. Da ist noch einer. Also, man tut gut vom Flugpunkt ein bisschen wegzulaufen. Da gibt es viel mehr Falken. Ah, komm. Ich will den Anschissern. Jetzt halt. Ich laufe gleich aber mal wieder zurück. Vielleicht waren die gerade bloß tot von anderen Spielern und sind inzwischen nachgespawnt. Eine Feder. Nun brauche ich noch 5. Also, ich bin hier im Weltquestgebiet. Und kein einziger Adler, Vogel, wie auch immer. Nö. 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 Da ist einer. Ich will damit kämpfen. Feder erhalten. Da ist gleich noch so einer. Und wie man sieht, wir spawnen die nach und nach. War tatsächlich so, dass einige Spiele auf die Weltquest gemacht haben. Bin hier auf dem Beta-Server. Ich glaube, auf dem Live-Server wird es wesentlich schlimmer sein, wenn die mal zu Weltquest ist und irgendwas tolles als Belohnung. Und... ... ... ... ... ... Ja, das dachte ich mal schon, dass ich die hätte jetzt. Da kommt noch ein Bär, toll, aber ich habe die Feder, da fliegt noch einer, uh, da wären sogar zwei, der da, ich, hier ist noch mehr, hier ist sogar einer am Boden, komme ich zu dem hin, so, töte erstmal die drei, mal schauen was dabei herauskommt, ich sage mindestens eine Feder, zwei Federn, wow, jetzt verwöhnt mich aber Blizzard. Ich hole diesen hier, und diesen da, diesen hier und diesen da, und da ist noch einer, hole auch den, hole alles, alles wird getötet. Wenn die Federn so selten sind, hoffe ich sterbe jetzt nicht. Aber ne, sieht gut aus. Jetzt müssten auf jeden Fall Federn droppen, ich brauche ja nur noch eine. Diese Dreckspair hat ziemlich viel Leben, jetzt ist alles tot und Weltquest erledigt. Danke fürs Zuschauen, hoffe mein Video hat euch geholfen. Ciao. 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 Vielen Dank.